Hallo! Fleckentfernung ist sicherlich so alt, wie es schöne Kleidung gibt. Und die Kunst ist sicherlich nicht, irgendwelche Flecken zu entfernen. Die Kunst ist, die Kleidung schön zu erhalten. Und darum geht es heute um die Werterhaltung eurer Kleidung und eurer textilen Oberflächen. Mein Name ist Achim Menzing. Ich bin seit 21 Jahren Gimaco Vertriebspartner und immer noch mit Freude und Stolz für euch da. Ich bin gespannt mit euch, zu welchen Ergebnissen wir heute kommen. Ich habe bereits hier eine Fleckentfernung vorbereitet, die ich aber aufgenommen habe und die ich euch anschließend einspielen werde. Denn die ganze Sache braucht ungefähr 20 Minuten und ich habe meine Uhr hier am Laufen. Nur, dass ihr das seht, dass dieser Prozess nebenbei ablaufen kann. Fleckentfernung, ich habe eben gesagt, es geht darum, die Kleidung wertig zu erhalten. Stell dir vor, du hast einen Handwerker ins Haus gerufen und du willst deine Wohnung renovieren oder reparieren lassen und der Handwerker, der käme nur mit dem Hammer herein. Du würdest vielleicht ein wenig komisch gucken, denn du erwartest, dass der Installateur zumindest eine ordentliche Zange dabei hat, vielleicht einen Schraubendreher, vielleicht auch eine Säge. Das heißt also, es sind ganz unterschiedliche Werkzeuge erforderlich, auch wenn es um die Reparatur einer bestimmten Anlage oder einer Sache geht. Genauso ist das bei der Fleckentfernung, denn wie gesagt, geht es darum, dass du deine Kleidung schön und wertig erhältst. Und Gemarko hat hier eine wunderbare Kollektion, quasi ein Reinigungsset für die Kleidung produziert. Das eine ist das Waschmittel Aktiv, das zweite ist das Spray & Wash mit der Gallseife, das dritte ist der Leder- und Polsteraktivschaum und das vierte ist einfach das wunderbare Fleckenpulver, das wir euch hier heute zeigen und anbieten. Und wenn ihr jetzt Lust habt, bis zum Ende des Videos dabei zu bleiben, dann habe ich noch ein ganz besonderes Leckerchen für euch. Ihr könnt gespannt sein. Hier habe ich jetzt die Flecken vorbereitet. Wie, das zeige ich euch gleich. Das Ganze ist jetzt in einem Prozess und ich bin gespannt, wie der gleich enden wird. Gut, hier habe ich euch die Flecken für die Fleckentfernung vorbereitet. Als erstes haben wir hier einmal den Fruchtsaft, richtig schön mit Fruchtfleisch hier und dort. Ich habe extra ein rotes und ein gelbes T-Shirt gewählt, weil es nämlich komplizierter ist, hier die Farben zu erhalten und das zu einem richtig guten Ergebnis zu führen. Und ich wollte einfach mal für euch die beste Möglichkeit herausfinden. Dann habe ich hier meinen Kaffee, den ich immer liebe. Der ist jeweils in der Mitte. Und als drittes dann einen leckeren Rotwein. Ihr seht schon, was ich gerne genieße. Und ich habe auch hier mal einen Grand Reserva von 2012 genommen, weil das Ganze muss sich ja lohnen. Es muss ja eine wertige Fleckentfernung sein. Und ebenso habe ich auch Lust, das heute noch heute Abend zu genießen. Also das einmal dazu. Jetzt geht es bezüglich der Fleckentfernung darum, dass ich das Ganze einfach mit Wasser besprühe. Und dann nehme ich einfach dieses tolle Fleckenpulver, das ich jetzt auf diese Flecken streue. Und das ist einfach besonders effizient und gleichzeitig besonders schonend, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und nun gehe ich hin und werde also das Ganze noch mal ein bisschen anfeuchten. Damit ihr nicht so lange auf das Video gucken müsst, habe ich also jetzt schon mal vor dem Video angefangen. Da sind wir jetzt mit der Zeit. Und dass wir hinterher schauen, wenn wir im Video so weit sind, dass ich euch dann das reale Ergebnis zeige. Dieses jetzt hier ist das Set für die umweltfreundliche, kompetente, schonende Wäsche und auch für die gesundheitsverträgliche Wäsche im Haushalt und im Betrieb. Hier haben wir das Gemaco Waschmittel aktiv. Dieses Waschmittel hat den unglaublichen Vorteil aufgrund der Enzymkraft, dass es nicht nur sehr umweltfreundlich ist. Es entfernt exzellent die Gerüche. Gerüche, natürlich hat es von sich aus auch schon eine exzellente Fleckentfernung und bei allem drauf, es ist auch noch für Allergiker getestet und sehr preisgünstig. Das ist der Vorteil dieses Waschmittels aktiv. Des Zweiten für schon stärkere Flecken, insbesondere Fettentfernung und ähnliche Sachen, ist also unser Waschkraftverstärker, das Spray & Wash für Milch und ähnliche Dinge. Das kannst du damit hervorragend entfernen. Und wenn du eher unempfindliche Gewebe hast, kannst du da unsere klassische Gallseife benutzen. Diese klassische Gallseife gibt es seit vielen Jahren und es ist nach wie vor eines der kleinen, feinen, unschlagbaren Produkte der Firma Gemaco. Der Leder- und Polsteraktivschaum hat sich seit vielen, vielen Jahren bewährt und ich kann also hier auch nur sagen, er funktioniert perfekt auf sehr vielen Oberflächen, Sofas und so weiter. Teppichen, da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und unser neuestes Baby, das Gemaco Fleckenpulver, ist vor allem geeignet für Rotwein, für Säfte, für Kaffee und für ähnliche nicht fettige Verschmutzungen. Also einmal ging es um fettige Verschmutzungen, einmal um Blutverschmutzungen, einmal um Säfte und so weiter. Ihr seht, das sind ganz verschiedene Bereiche und dementsprechend habe ich ja auch die Flecken hier vorbereitet. Und jetzt will ich gleich mal zusammen mit euch gucken, wie das Ergebnis ist. Übrigens, noch einmal für die Anwendung, wenn du es zu Hause benutzt, du kannst einmal hier das Ganze aufklappen und schon hast du darunter eine kleine, feine Gebrauchsanweisung, die dir noch einmal hilft. Und wenn du ansonsten etwas wissen möchtest, ich persönlich bin immer für dich da. Da wir noch etwas Zeit haben, mache ich noch ein kleines Spiel mit euch. Ich habe nämlich einen kleinen Versuch vor. Ich habe hier eine Schale Wasser und möchte euch das Ganze einmal zeigen, als Fleckentfernung mit Jod. Jod ist ja irgendwie für mich noch immer von der Geschichte irgendwas Ekliges. Und wenn ich das riechen muss, dann muss ich immer an den Onkel Doktor denken, insbesondere als ich Kind war. Und ich werde das einfach jetzt mal, dieses Jod jetzt hier reingießen. Also spaßig finde ich das so nicht, aber wir machen uns einfach den Spaß des Versuches zumindest. Jetzt gehe ich dann einmal da durch und habe das hier einmal schön schmuddelig, das Wasser, ein jodiges Wasser. Und gehe dann hin mit dem DeMarco Fleckenpulver und mache mit euch jetzt ein ganz tolles Spiel, dass wir einfach mal schauen, wenn ich dieses Pulver hier hineinstreue, was dann mit der Jodschmutzlösung passiert. Ich gehe dann mal hin, rühre das mal ein bisschen um und seht ihr, ruckzuck ist das Wasser wieder in einem wundervollen Zustand. Ich nehme mal gerade das Jodschmacko-Truckentuch, um mir die Hände abzuwischen. Ihr seht, die Zeit läuft langsam ab. Gut, wir legen los. Ich habe einfach mal zum Beseitigen hier des Fleckensalzes die Jodschmacko-Spül-Butler genommen, um einfach mal zu sehen, dass wir das hier ganz einfach entfernen. Und wenn wir jetzt hier einmal schauen, was wir sehen, dann können wir sehen, wir sehen nichts. Wir sehen keine Flecken mehr, wir sehen sehr, sehr schöne Farben. Das Ganze ist perfekt und wir haben hier eine wundervolle, ein wundervolles Ergebnis. So, ich gehe mit der Kamera noch einmal näher heran, so wie mir das möglich ist. Da seht ihr jetzt, dass wir ein perfektes Ergebnis erlangt haben. Und hier habe ich mein ganz besonderes Leckerchen für euch. Das Waschmittel für eure Bund- und Funktionswäsche mit den Siebenfachenzymen, umweltfreundlich, geruchsentfernet, optimal. Den Waschkraftverstärker, das Spray & Wash für die empfindlichen Kleidungsstücke, für die eher robusteren oder für die stärkere Entfernung von Fett. Dann die entsprechende Gallseife, das Fleckenpulver, das ich euch jetzt demonstriert habe und der Leder- und Polster-Aktivschaum. Und dieses komplette Set bekommt ihr jetzt bei mir zu einem ganz besonderen, vergünstigten Preis. Meldet euch bei mir, ruft mich an. Meine Daten seht ihr unten. Ich freue mich auf euch. Herzliche Grüße, euer Achim Mensing.